So, Hi Athleten! Heute als letztes Workout nochmal, bevor die Trainings draußen losgehen. Es gibt natürlich trotzdem weitere Trainingsvideos, aber jetzt erstmal noch was entspanntes für heute, bevor ihr euch dann draußen mit uns richtig auspowern dürft ab morgen. Wir machen heute ein bisschen Dehnung, bisschen Koordination und zwar ein Sonnencruise inspiriertes Training. Ich sage Sonnencruise inspiriert, weil ich ganz genau weiß, das ist nicht der richtige Sonnencruise. Ich wäre gerne ein Yogi, ich bin auch keiner. Dafür müsste ich erstmal zu meiner ersten Yoga-Stunde gehen. So, los geht's. Also, ihr macht euch schönen Dank. Streikt euch. Berührt die Zehenspitzen, die Beine, die dürfen dabei gebeugt sein. Dann Rücken gerade, Beine deutlich gestreckt. Hande hinten aufsetzen. Ausfallschritt. Und wieder strecken. So, das wird jetzt hier richtig schön im Hüftstrecker und dehnt. Kurz halten. 3, 4, 5, 6 Sekunden. Und die Seiten wechseln. So, die Fliegestützposition. Hintern hoch, Baden dehnen. Das heißt, du drückst die Fersen in den Boden. Dann kommt ihr runter. Und schon schön nach oben. Auch wieder kurz halten. Hintern wieder hoch. Noch mal kurz dehnen. Anmocken. Aufstehen. Und dann geht das Ganze quasi wieder von vorne los. Und das könnt ihr einfach so oft machen, wie ihr rollt. Heute, mehrmals am Tag. Immer fünf Wiederholungen. Je nachdem, wie ihr euch fühlt. Wie ihr Spaß dran habt. Macht's mit eurer Family. Viel Spaß. Überblick.